Herzlich willkommen zum heutigen Versaun'n'Friends Podcast mit Roger Moser. Er ist Co-Foundler der SatShura AG, der Satellitendata-Analysen vornimmt und damit Entscheidungsunterstützung aus dem Weltall ermöglicht. Klingt sehr cool, wir gehen nachher darauf ein. Er lebt in Australien, ist Dozent für International Management an verschiedenen Hochschulen, unter anderem auch an der HSG. Ich freue mich sehr auf das Interview, darum... Hoi Roger, wie geht's? Guten Morgen, Nico, wunderbar. Perfekt. Eben, es ist eine Fasun'n'Friends-Volk, darum, ihr habt natürlich auch mit Fasun'n gegründet. Erzähl doch mal, wie ist die Gründung mit Fasun'n abgelaufen? Wo hat euch Fasun'n vielleicht auch neben der Gründung noch unterstützt? Wir haben im Jahr 2018 gegründet. Wir sind eine Gruppe, wo ich der einzig Schweizer bin. Die anderen sind Inder. Ein Inder hat in der Schweiz gelebt, ich habe damals in der Schweiz gelebt. Und wir haben gedacht, für unsere Investoren ist es interessant, wenn wir eine Firma sind in der Schweiz, weil die Schweiz sehr viel Rechtssicherheit bietet. Wir haben sehr viele Operations im Rest der Welt, insbesondere in Indien, wo das Investoren-Klima wieder anders ist und das Vertrauen in die Firmen anders ist. Und darum haben wir uns damals für die Schweiz entschieden, hier in St. Gallen. Und Fasun'n ist einfach für uns, nachdem wir ein paar Sachen durchgeschaut haben, der absolut vertrauenswürdigste Arbeiter gewesen. Er hat ganz klar kommuniziert, wie sie uns helfen können, in welcher Form. Und auch, als ich mit dem Walter gesprochen habe, habe ich verstanden, wie flexibel sie sind. Und so haben wir dann mit ihnen den Prozess da durchgelaufen. Eigentlich ganz normal, mit den klassischen Statuten aufzusetzen und so weiter. Weil, obwohl ich Dozent bin für ganz viele Sachen im Management, sind die rechtlichen Sachen etwas, was du einfach detaillieren musst kennen. Und da habe ich nicht können, da haben meine Geschäftspartner nicht können. Und so haben wir uns eigentlich permanent auf Fasun verlassen. Perfekt. Das ist jetzt alles noch der Gründungsprozess. Hattet ihr auch nach dem Gründungsprozess noch Unterstützung von Fasun? Und wie ist das abgelaufen? Wir haben ganz viel Unterstützung gebraucht, weil wir haben jetzt über die letzten paar Jahre zuerst eben gedacht, wir haben einen grossen Investor aus Japan, der hier in die Schweiz, unsere Schweizer Einheit, investieren will. Das hat sich dann schlussendlich nicht materialisiert. Dann haben wir Sachen müssen anpassen vom Aktionarrat. Und wir haben unser Legal Setup müssen anpassen, weil der Markt sich permanent ändert. Die Investore-Szene sich immer wieder geändert hat. Und wir haben immer wieder so viele kleine rechtliche Anpassungen müssen machen, wo wir als Gründer einfach das Wissen nicht haben. Und dann brauchst du einen Partner wie Fasun, der aus meiner Sicht extrem flexibel ist. Und sie machen ja sehr viel Gründung, also sie haben die Expertise scale-up. Aber Betreuung ist so persönlich immer gewesen, dass ich immer denke, wo nimmt die Zeit her? Und das ist etwas, was ich auch von Sunsia schätze, die eben immer Fragen haben. Erstens sind die Antworten schneller gekommen, zweitens wirklich nicht irgendwie zu einer Fakten-Webseite da, Frequently Asked Questions, schau mal zuerst nach, sondern, hey Roger, schau bei eurem Case, ist das so und so? Wir stellen euch Folgendes vor. Und dann habe ich es auch verstanden. Perfekt, hat sich also definitiv gelohnt. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, ihr habt das Gefühl gehabt, in der Schweiz Gründen macht Sinn, weil es relativ rechtssicher ist und auch im Konstrukt mit vielen Indern. Wie schätzt du das Gründungsland Schweiz? Du wohnst ja jetzt selber in Australien. Wie sieht das Gründungsland Schweiz für dich auf, auch gerade im Thema Investorensuche? Also wir haben auch in der Schweiz Investoren gesucht. Wir haben aber, ich sage jetzt mal, ein Geschäftsmodell, das weltweit funktioniert oder primär auch in anderen Weltregionen ausserhalb von Europa. Und dort ist halt schon das Problem, wenn ich darauf sage, was der Baulich kennt, frisst er nicht. Und wir bei den Investoren auch, wenn sie etwas nicht kennen, wenn sie es aus ihrem Background nicht genau verstehen, dann investieren sie auch nicht. Und schlussendlich sind wir dann auch auf indische Investoren zurückgegangen, weil die dann halt auch das Geschäftsmodell besser verstanden haben und können abschätzen, was das Potenzial ist. Und so haben wir dann halt auch unser Legal Setup in der Schweiz wieder angepasst, in der mitversuchen. Und ich behaupte, der Gründungsort, der Standort Schweiz ist passend, wenn das Geschäftsmodell auch für die Investoren nachvollziehbar ist. Und ansonsten, da habe ich auch gedacht, wäre es vielleicht sinnvoll, man wäre nach Amerika gegangen. I don't know. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Okay. Erzähl mal schnell. Ich habe das Geschäftsmodell kurz probiert zusammenzufassen, denn, was ich gesagt habe, die Satellitendataanalyse vorne und damit Entscheidungsunterstützung aus dem Weltall ermöglichen. Also, erzähl mal, was ist jetzt genau euer Geschäftsmodell? Wie verdient ihr Geld? Also, erstens mal, wir verdienen Geld, das ist schon mal wichtig, das ist nicht immer klar bei einem Startup. Das Zweite ist, wenn z.B. Banken in Indien oder in Emerging Markets darlähmend rausgehen, ich sage jetzt mal, Bauern müssen da zu viele Einkommen, die keine Kredithistorie haben, dann ist es sehr schwierig zu abschätzen, wie viele Darlehen können sie einem Bauern geben. Und dann müssen halt die Sachbearbeiter, die diese Anträge bearbeiten, dann oftmals rausgehen ins Land, das Land anschauen vom Bauern, ist er überhaupt da und so weiter. Und wir können fast schon mit den Nachbauern reden. Du, was hat er letztes Jahr da angebaut? Und das ist ja erfolgreich gewesen. Das kostet extrem viel Zeit und tut auch Finanzierungskosten für Bauern in die Höhe treiben. Und was wir im Prinzip machen, ist, wir nutzen Satellitendaten, können da auf das Feld von dem Bauern runterbrechen, ist vereinfacht gesagt, und können die letzten paar Jahre anschauen, was der Bauern angesagt hat, was er nachher ernten konnte. Und wir kennen ja die Marktpreise, wir wissen ungefähr, wie viel Geld er innen investieren muss, damit er da überhaupt nachher verkaufen kann. Und so können wir abschätzen, wie viel das er verdient. Und dann der Kreditsachbearbeiter, der Bank meint gar nicht mehr raus, sondern kommen flüssen Analysen über, hey, so und so viel ist der Landwert oder mit dem kann man da und da generieren. Und dann kann der Kreditsachbearbeiter relativ schnell und, ohne Einflussnahme, ohne Korruption entscheiden, eigentlich auch den Bauern 2'000 Dollar als Anlage, den 4'000 Dollar und so weiter. Und wir erleben halt von der Transaktionskostenreduktion, die wir für die Banken da arbeiten. Das ist jetzt eben gerade ein klarer Case mit der Bank, der einfach verständlich ist. Haben Sie da auch noch andere Geschäftsfelder, die musst du jetzt nicht so detailliert erklären, oder sind Sie wirklich jetzt auf das fokussiert? Nein, also wir sind eigentlich, wir ritten auf dieser Welle von dem, was sagen wir, Earth Observation. Also von Satelliten, die die Welt beobachtet von oben, da kann sie Infrastrukturüberwachung, da kann sie Climate Change, wir können mit unseren Satelliten erzählen, wie viele Bäume sind gepflanzt worden, wo wachsen sie, wo wachsen sie nicht. In Dubai dürfen wir Dattelpalmen überwachen, ob sie gesund sind oder nicht. Weil das sind Investitionsprodukte, böse gesagt. Und so können wir eigentlich mit dem Prinzip überall Transaktionskosten reduzieren, indem wir Leute rausnehmen aus dem Prozess und durch Satellitendaten ersetzen. Mega spannend. Du hast selber gesagt, wir sind v.a. ausserhalb von Europa tätig, weil in Europa, ja, kennt man das besser, ist auch die Fläche gar nicht so gross meistens. Auf welche Märkte konzentriert ihr euch da denn jetzt genau und warum genau die Märkte? Also, unser primärer Markt ist Indien. So, das ist ganz klar. Dort ist auch Digitalisierung von den Banken weit vorangeschritten. Da kommen wir hier in Europa gar nicht mit über. Ich hatte gerade diese Diskussion mit Banking-Experten in der Schweiz und dann haben sie mir ganz stolz ihre Apps gezeigt und so und dann musste ich ein bisschen lachen, weil ich gesehen habe, indische Banken auf einem ganz anderen Niveau schon machen. Und aus Südostasien, aber das kommt langsam, weil dort die Banken, unsere Kunden sind noch gar nicht so weit, dass sie unsere Produkte sinnvoll einsetzen können. Da mussten wir aber auch wieder realisieren, wir sind zu schnell für den Markt. Unsere Kunden in gewissen Weltregionen sind noch gar nicht so weit. Aber wir haben genug zu tun. Das ist okay. Okay, spannend. Cool. Jetzt, in den ersten Jahren habt ihr ja ohne Investoren gearbeitet. Ich gehe davon aus, dann habt ihr da nicht eigene Satelliten im All, sonst wäre das wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Und irgendwann habt ihr aber gleich gesagt, jetzt brauchen wir Investoren, jetzt suchen wir. Warum? Also, wir haben immer Investoren wollen, aber wir haben den ganzen Anfang einfach nicht die richtigen Investoren gefunden. Ja. Und sind dadurch, haben wir abgelernt, an Bootstrapping, wir müssen halt ein bisschen improvisieren, wir müssen schauen, was wirklich notwendig ist und was nicht. Und wir haben dann einfach gewisses Eigengeld reinputt. Ich habe noch die Hypothek vom Haus ein bisschen erhöht, Gott sei Dank, und habe dort einmal überbrücken können. Hat mir in der Frau auch nicht immer gepasst, aber schlussendlich hat es jetzt funktioniert. Und die, wir hätten irgendwie realisiert, okay, wir kommen nicht mehr weiter, wenn wir nicht bestimmte Abbau von Investoren oder Institutionen zu haben, um unser Wachstum zu finanzieren. Aber, und das war wichtig für uns, wir haben es geschafft, um mehr oder weniger profitabel zu werden, also zumindest mal keine Kosten, kein Geld mehr zu verbrennen, bevor wir Investoren haben anborden können. Und dadurch haben wir eine ganz andere Verhandlungsmacht gegenüber den Investoren gehabt. also wir müssen nicht viel sozusagen für unseren Prozent, wir müssen 500 Prozent abgeben, um unsere Investoren anborden, weil wir können sagen, hey, proof of case, so, unser funktioniert schon, hängt ein ganzes riesiges Risiko, also können wir dir jetzt auch nicht irgendwie 50 Prozent von den Firmen über. Ja, das ist einfach nicht, nicht nur unsere Geschichte erzählen, wie sie könnte aussehen, sondern hast sie schon zeigen können. Jetzt habe ich eben gesagt, ihr habt ja keine eigene Satelliten im All, was ist denn euch ein Alleinstellungsmerkmal, euch ein USP? Also, dann könnte das theoretisch jeder machen, oder sehe ich das falsch? Ähm, ja und nein, also, die klassische Analyse, Satellitendatenanalyse, können viele machen, respektive eine kleinere Gruppe auf der Welt, die halt die entsprechende Ausbildung hatte, ähm, was wir aber machen, ist nicht, wir verkaufen nicht Technologie, und wir verkaufen nicht, sagen wir mal, unseren Machine Learning äh, basierten Algorithmus, den wir entwickelt haben, mit ganz vielen Trainingsdaten, die du eben auch zuerst organisieren musst, sondern, und das ist mein Job, wir verkaufen, wie du vorhin gesagt hast, Entscheidungsunterstützung, und darum gehen wir auch zu Kunden und sagen nicht, auch wir haben da eine ganz coole Satellitentechnologie, sondern, lieber Kunden, was ist dein Entscheidungsproblem? Erzähl mal sie deine Worte, und dann können sie mehr runterbrechen, ich auch, wenn du das Entscheidungsproblem hast, dann brauchst du dir und dir Transparenz, wenn du dir Transparenz brauchst, dann müssen wir dir die Frage beantworten, die Frage beantworten wir dir mit denen und denen Modell, und dir und dir Modell brauchen die und die Daten, so, und der Kunde hört eigentlich schon auf, wir haben da Entscheidungsprobleme, und auch die Frage wird die beantwortet haben, und alles andere überlässt er uns, und die Art von Kombination von kundenorientiertem Denken, wir sagen dem Decision Mode Innovation, also unsere Value Proposition, und die Technologie, die wir im Hintergrund haben, die Algorithmen, die wir selber entwickelt haben, das macht uns relativ unik, in Indien zumindest. Okay, und was sind denn jetzt noch die Visionen und Ziele für die Zukunft, und wie konkret andere erreichen? Also ich kämpfe immer mit unserem Management Board, dass wir keine Vision definieren, weil das ist immer schwierig, aber wir haben eine Mission, und das ist für uns wichtig, weil das ist das, was stabil bleibt, und eine Leistung auf die Anzeigen ist, meines Erachtens, extrem wichtig für Styleabs. Wieso? The reason to exist. Und unsere Mission ist, egal mit welchem Kunden wir zusammenarbeiten, wir versuchen, einen Fit zu arbeiten, eben zwischen den Fragen, den einen Kunden hat, den offenen Fragen, um bessere Entscheidungen zu treffen, und den besten Modell, Technologien, Datenverarbeitungsmöglichkeiten, die es gibt auf der Welt. Und im Moment eben arbeiten wir im Agriculture-Bereich, in Indien, wir arbeiten aber auch im Aerospace-Bereich, also wir arbeiten auch für Airports, ein völlig anderes Feld mit anderen Technologien, wir wachsen aufgrund dieser Mission. Und das ist eigentlich da, vielleicht im Anklang an die Vision, natürlich, wenn wir mit unserer Entscheidungsunterstützung auch im Beitrag leisten, dass wir Probleme von dieser Welt besser lösen können. Und das ist auch, was unsere Mitarbeiter auch motiviert, wo wir sagen, wir schaffen primär für Institutionen, wo, wenn sie bessere Entscheidungen treffen, dass sie, zum Beispiel, einen Grossteil von der ländlichen Bevölkerung in Indien helfen können. Und so probieren wir eigentlich, unsere Mission mit einem gewissen Impact zu verbinden. Aber wo die Reise genau herangeht, das ist etwas, was wir von Anfang an gelernt haben, da kannst du eh nicht gross bestimmen. Da gibt es Möglichkeiten, da zeigt der Markt und da halten wir uns einfach flexibel und da probieren, Vision zu verhindern, weil sonst immer dieser Vision an, obwohl der Markt vielleicht in eine andere Richtung geht. Okay, spannende Ansicht. Es gibt ja ganz viele andere, die sagen, die Vision ist das Wichtigste. Spannend, einmal diese Seite zu hören. Jetzt habe ich vorher gesagt, du lebst im Moment in Australien, bist Dozent für International Management, auch an verschiedenen Hochschulen. Warum hast du jetzt neben dem dich noch selbstständig gemacht oder noch dein eigenes Ding gemacht und ja, Hypothek erhöht, also irgendwie auch Kapital riskiert, investiert. Was ist der Reiz am Unternehmertum für dich? Ich glaube, das Schöne, für mich ist es, ich habe ganz viele Ideen als Dozent, ich unterrichte International Management, Strategic Management, ich habe im Bereich Supply Chain Management meinen Doktor gemacht, aber dort an der Uni sind es ganz viele Schwierigkeiten, die mich irgendwo in so einen Topf hinzutun oder in eine Schublade und für mich ist es wichtig, wenn ich an der Uni arbeite, dass die Ideen, die ich probiere, den Studierenden rüberzubringen, dass ich fast bewiesen kann, dass es funktioniert. Und da ist für mich eigentlich auch der Reiz, jetzt wie die Setschule mit dem Decision Intelligence Ansatz, das ist etwas, was wir seit Jahren entwickeln. Und ich kann es zwar auf Papier schreiben und kann sagen, hey, da ist mein Paper, aber das ist immer noch eine Idee. Aber wenn ich sagen, hey, da ist die Idee und hey, by the way, mit der Firma sind wir extrem erfolgreich, wenn wir genau da umsetzen, hast du eine ganz andere Glaubwürdigkeit. Und für mich ist es dann auch das, wo mir wirklich Spass macht, dass ich beweisen kann, dass die Ideen, die wir entwickeln, auch in der Realität funktionieren. Ja, finde ich, es sollte jeder Dozent irgendwie müssen. Das macht definitiv Sinn. Du hast jetzt ganz viele Eindrücke von Studenten, natürlich von deinem eigenen Unternehmen selber. Was wären jetzt mit diesen Erfahrungen, die drei ganz, ganz konkreten Tipps, die du Neugründerinnen und Neugründer mit auf den Weg geben für ihr eigenes Ding? Also das Erste ist immer, dein Geschäftsmodell ist einfach nur eine Idee, dein erstes Geschäftsmodell. Geh raus, test es, weil deine Annahme, die du hast über den Markt, die normalerweise zu 50 Prozent stimmen, wenn überhaupt. Und ich habe ganz viele Gründer gesehen, auch bei uns teilweise, die, wenn wir uns auf eine Idee fixiert haben und nicht flexibel waren, dann sind sie schittert. Also du gehst mit dir, du willst schon etwas erreichen, aber wie du das erreichst, das musst du flexibel behalten. Das ist so das Einte, wo im Mindset eine gewisse Flexibilität die Maschine bringen muss. Das Zweite ist, als Gründer, und das habe ich am Anfang auch unterschätzt, das Team, das Gründungsteam, die Komposition, dass du die richtigen Skills zusammenbringst, nicht nur, weil es ein Kollege ist, machen wir jetzt etwas zusammen, sondern du kannst Glück haben, aber du, musst dir ganz klar überlegen, wer brauche ich? Wenn ich zum Beispiel jemanden, der sehr lange Weizichtig denkt, sehr viele, keine Visionen hat, aber eine gewisse Idee, wie die Zukunft aussehen könnte, ich bin ganz schlecht im operativen Umsetzen. So, ich brauche jemanden, der dann kann, der dann Nachverfolgung macht, als CEO, ich wäre ein schlechter CEO. Da habe ich auch über Zeit lernen müssen, zu sagen, unser Team muss anders aussehen, weil ich schon diese Fähigkeiten habe, aber ich brauche noch etwas anderes dazu. Und noch, weil jemand ein Freund ist, da haben wir Racka, hat nie funktioniert, im Team. Und das Dritte, ist, vielleicht, wirklich auch, jetzt aus der finanziellen Sicht, man kann eine Firma gründen, man kann Ideen testen, ohne, dass man schon all in geht, am Anfang. Weil das Problem ist oftmals, ah, ich habe die eine Idee, ich will die umsetzen, und dann stoppe ich alles an, jetzt mache ich das, und dann geht es schief, und dann haben wir eine Pech, sehr viel verloren. Aber aus dem Prozess hat man dann eigentlich sehr viel gelernt, und dann gesagt, oh, jetzt wüsste ich, wie ich es wirklich machen muss, und dann ist es aber zu spät, weil dann, für ein paar Jahre die finanziellen Mittel, die finanziellen Mittel vielleicht aufgebrucht sind, und dann wissen wir, dass man sich erholt hat, ist die Idee schon wieder nicht mehr da, und man ist älter, und darum ist am Anfang, obwohl da auch viele nicht sagen, hey, du kannst da auch nur Part-Time vielleicht machen, einfach zum Testen, schauen, ob es da wirklich passt, eben auch das Team testen, sind alle wirklich committed, und lieber ein halbes Jahr oder ein Jahr später Fools Team gehen, aber dann wüsst du, dann hast du das Team da, du hast viel schon gelernt, bevor du am Anfang schon eben dich von der Euphorie leiten lässt, und am Endeffekt hast du vielleicht dann noch zu wenig Erfahrung gehabt, aber zu viel Geld verloren, und dann würdest du gerne, könntest du mehr, aber dir fehlt das Geld, und da haben wir, glaube ich, es oftmals als ein grosses Problem. Definitiv, drei super Tipps, merci viel, vielmals, man merkt, du hast da die Erfahrung selber gemacht, aber natürlich eben auch die Erfahrung von ganz vielen Studenten reingebracht, merci vielmals für deine Zeit, Rangé, für das spannende Interview, ganz viel Erfolg weiterhin, mit dieser mega spannenden Geschäftsidee, oder dem spannenden Unternehmen, und alles Gute für die Zukunft, macht's gut. Danke Nico, bis bald. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.